Heute stellen wir das Kapitel 3 der sehr wichtigen Publikation von Stefanie Maché und Co-Autorinnen vom Zentralinstitut für Arbe-Medizin und Maritime Medizin am UK Eppendorf vor Prävention von Aggression und Gewalt gegenüber Beschäftigten in der Notaufnahme. Hier das Kapitel Architektonische Maßnahmen. Das sind die übrigen Autorinnen. Wir hatten schon zwei Kapitel Hintergrund und Voraussetzungen. Behandelt jetzt Architektonische Maßnahmen. Die Basis für Handlungsprozesse in der Notaufnahme ist die architektonische Gestaltung des Gebäudes. Sie bestimmt, an welcher Stelle Patientinnen und deren Begleitperson in die Notaufnahme eintreten, wo sie sich anmelden, auf die medizinische Versorgung warten und in welchem Umfeld sie schließlich behandelt werden. Für Beschäftigte wird dadurch festgelegt, in welcher Umgebung sie arbeiten und welche Wege sie zurücklegen. Die architektonische Gestaltung der Notaufnahme beeinflusst das Befinden von Patientinnen, Begleitpersonen und Beschäftigten. Beispielsweise können räumliche, enge oder unangenehme Temperaturen im Gebäude belastend sein. Ungünstige architektonische Verhältnisse können außerdem zu gewalttätigen Verhaltensweisen von Patientinnen oder deren Begleitpersonen beitragen. Zur Prävention von Aggression und Gewalt nehmen immer mehr Führungskräfte und Krankenhausleitungen architektonische Veränderungen in der Notaufnahme vor. Dieses geschieht weniger auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse, denn die Wirksamkeit architektonischer Maßnahmen ist bislang nicht ausreichend belegt. Vielmehr werden Maßnahmen umgesetzt, weil individuell gute Erfahrungen damit gemacht wurden, sowie aus der dringenden Notwendigkeit heraus die Sicherheit des Personals zu gewährleisten. Die dem Forschungsbericht zugrunde liegende Interviewstudie zeigt ebenfalls, dass in Notaufnahmen verschiedene architektonische Maßnahmen bereits umgesetzt wurden. Gleichzeitig kritisierten die Befragten, dass Gewaltprävention beim Bau von Notaufnahmen häufig nicht berücksichtigt werde und gerade älter Gebäude die Implementierung von Schutzmaßnahmen erschwerten. Hinweis. Nachfolgende Empfehlungen zeigen, wie die architektonische Gestaltung in der Notaufnahme für eine erfolgreiche Gewaltprävention sein sollte. Die Empfehlungen stellen ein Optimum dar und werden Ihnen da möglicherweise mit Blick auf Ihre Notaufnahme als schwer umsetzbar erscheinen. Die architektonische Gestaltung bei bereits bestehenden Notaufnahmen lässt sich nicht oder nur mit großem Aufwand verändern. Einige der Empfehlungen lassen sich niederschwellig anderen nur bei einem Um- oder Neubau umsetzen. Sie sind daher eingeladen, die für Sie und Ihre Notaufnahme realistischen Empfehlungen herauszufiltern. Allgemeine Struktur. Grundsätzlich sollte der Weg vom Haupteingang bis zur Notaufnahme kurz und gut ausgeschildert sein. Zu Fuß oder mit dem Rettungswagen ankommende Patientinnen sollten jeweils einen eigenen barrierefreien Eingang in die Notaufnahme haben. Diese Trennung kann zu einer ruhigeren Atmosphäre führen. Der Grundriss eines Gebäudes ist entscheidend für dessen Nutzungsmöglichkeiten, kann nachträglich aber nur schwer korrigiert werden. Lange Wege werden von den Beschäftigten kritisiert. Alternativen können Kreuz-, Stern- oder ringförmige Grundrisse sein. Kurze Wege in der Notaufnahme haben unter anderem den Vorteil, dass isoliertes Arbeiten in abgelegenen Bereichen vermieden wird. Zudem sollte die Notaufnahme keine Durchgangs-, sondern ein separater, räumlich abgegrenzter Bereich im Krankenhaus sein. Bei der Grundrissplanung gibt es weitere Möglichkeiten für mehr Schutz zu sorgen. Räumliche enge, unübersichtliche Gänge und nicht einsehbare Nischen sollten vermieden werden. Einige räumige, übersichtliche Gestaltung der Notaufnahme ist zu empfehlen. Grundsätzlich gibt es für die bauliche Konzeption einer Notaufnahme zwei verschiedene Optionen, die geschlossene und die offene Gestaltung. Bei einer geschlossenen Gestaltung liegt der Anmelde- und Wartebereich außerhalb des Behandlungsbereichs. Die beiden Bereiche können zum Beispiel durch Automatiktüren voneinander getrennt sein, die nur von autorisierten Personen mit Transpondern, Keycards oder Codes geöffnet werden können. Durch eine solche Trennung ergeben sich die in Abbildung aufgeführten Vorteile. Vorteile der geschlossenen Gestaltung ruhigerer Atmosphäre in der gesamten Notaufnahme, Unruhe, die zum Beispiel von Alkoholisierten in Behandlungsbereichen ausgeht, überträgt sich nicht auf die Patientinnen im Wartebereich. Ungeduldig und potenziell aggressive Patientinnen und Begleitpersonen können nicht selbstständig in den Behandlungsbereich eintreten. Beschäftigte können ungestört und unbeobachtet im Behandlungsbereich arbeiten. Privatsphäre der Patientinnen bei sensiblen Pflege- und Behandlungsvorgängen wird gewährleistet. Transport und Behandlung von Schwerverletzten findet blickgeschützt statt, könnte andernfalls unter anderem die Wachtenden beunruhen. Trennung verdeutlicht den Patientinnen und Begleitpersonen, dass Behandlungsbereich ein sensibler, nicht direkt zugänglicher Bereich ist, ähnlich zur Intensivstation. Bei einer offenen Gestaltung gibt es wenig räumliche Trennung von Anmelde, Wacht und Behandlungsbereich. Diese Möglichkeit bietet ebenfalls Vorteile. Vorteile barrierefreie Verbindung zwischen Beschäftigten und Patienten im Wartebereich ist für das medizinische Personal besser einsehbar und kann so bei gesundheitlichen Zustandsverschlechterungen, aber auch in Gewaltsituationen schneller reagiert werden. Patientinnen und Begleitpersonen fühlen sich von den Beschäftigten gesehen, wodurch gegebenenfalls wenig das Gefühl aufkommt, vergessen worden zu sein. Patientinnen und Begleitpersonen können die Auslastung der Notaufnahme wahrnehmen und haben gegebenenfalls eher Verständnis für lange Wartezeiten. Hinweis. Auf Basis der durchgeführten Studien kann die geschlossene Gestaltung, also eine Trennung des Anmelde- und Wartebereichs vom Behandlungsbereich im Kontext der Gewaltprävention empfohlen werden. Hierbei muss sichergestellt werden, dass Patientinnen und Begleitpersonen trotzdem im Blick behalten werden und jederzeit Kontakt zu medizinischem Personal aufnehmen können. Die Frage nach offener oder geschlossener Gestaltung bezieht sich auch auf den Behandlungsbereich. Dieser kann so gestaltet sein, dass die meisten Bereiche einsehbar und zugänglich sind, weil es zum Beispiel Glastüren oder generell weniger Türen gibt. Mit Blick auf Gewaltprävention ist es wichtig, dass es ausreichend geschützte Behandlungszimmer gibt, in denen potenziell aggressive Patienten separiert werden können. Außerdem sollten sich kritische Bereiche wie beispielsweise der Schockraum in Arealen befinden, die nur berechtigten Personen zugänglich sind. Mitarbeiter an der Anmeldung und in den Behandlungszimmern müssen ihren Arbeitsplatz in gefährlichen Situationen schnell verlassen können. Daher muss sichergestellt werden, dass die Flucht aus einem Raum möglich ist durch bauliche Gegebenheiten, aber auch durch eine sinnvolle Platzierung der Einrichtungsgegenstände. Gestaltung von Fluchtwegen. Flucht ermöglichen durch bauliche Gegebenheiten. Zweite Tür im Raum, die als Fluchtweg genutzt werden kann. Abschließbarer Schutzraum, in dem sich Gefährdete und Attraktierte Beschäftigte in Sicherheit bringen können. Platzierung der Einrichtung. Keine Gegenstände, die die Flucht aus dem Raum behindern. Beispielsweise würde ein Schreibtisch, der gegenüber der Tür steht, die Flucht aus dem Raum erschweren. Ein zentral gelegenes Diensthema ist vorteilhaft, weil so von dort aus viele Bereiche der Notaufnahme eingesehen werden können. Für Beschäftigte sollte es auch einen separaten Rückzugsort geben, in dem eine ungestörte Pause möglich ist. Alle Gegenstände, die als Waffe verwendet werden können, sollten entfernt bzw. befestigt werden. So können Stühle und Tische beispielsweise an der Wand oder am Boden montiert und Glas durch Plastikflaschen ersetzt werden. Behandlungsutensilien und Arbeitsplätze können auf einem Rollwagen außerhalb des Raumes positioniert werden. Für eine angemene Atmosphäre sollten Notaufnahmen angemessen klimatisiert sein. Darüber hinaus sind auch die Lichtverhältnisse von Bedeutung. Möglichst alle Räume, mindestens aber der Wartebereich und die Behandlungstimmer sollten über Fenster verfügen. Räume ohne Fenster können Unzufriedenheit bei Patientinnen auslösen und damit auch die Gewaltbereitschaft erhöhen. Zudem können Patientinnen so die Orientierung verlieren, was vor allem bei Patientinnen mit Demenzerkrankungen problematisch ist. Bei Wänden und Türen mit Verglasung wird zum Schutz vor Gewalteinwirkung empfohlen, die Fensterinnenseite mit 4 mm Polycarbon-Nahtscheiben oder mit einer PVB-Folie der Widerstandsklasse P2A auszustatten. Zudem gibt es weitere Einzelheiten zu beachten, die einen gewaltvorbeugenden Effekt haben können. Die folgenden Empfehlungen stammen von der Arbeitsgruppe Gewaltprävention im Gesundheitsdienst. Wenn künstliche Lichtverwendungen verwendet werden, zum Beispiel abends und nachts, sollten sie eine ausreichende Helligkeit und natürliche Farben haben. Zudem sollte auf eine einladende Gestaltung mit angenehmen Wandfarben geachtet werden. Zu empfehlen sind warme Farbtöne, Volltöne und die Vermeidung einer einseitigen Farbgestaltung. In diesem Zusammenhang ist auch die Oberflächengestaltung zum Lärmschutz relevant. Durch die Wahl geeigneter Materialien lässt sich eine deutsche Senkung des Lärmpegels erreichen. Wände, Decken und Böden sollten den Schall nicht vollständig reflektieren. Eine angemessene Helligkeit und Farbgestaltung, entsprechende Materialien zur Lärmreduktion, aber auch angenehme Gerüche in der Notaufnahme können beruhigende Effekte auf beschäftigte Patienten und Begleitpersonen haben und so über eine Stressreduktion auch das Risiko für Gewaltvorfälle senken. Anmelde und Wartebereich Grundsätzlich ist von Vorteil, wenn der Wartebereich geräumig, übersichtlich und für Beschäftigte gut einsehbar ist. Eine räumliche Nähe zwischen Anmeldung bzw. Ersteinschätzung im Wartebereich ist daher sinnvoll. Die Arbeitsplätze im Anmeldebereich sollten mit bruchsicherem Glas verkleidet werden. Der Schutz der Beschäftigten an der Anmeldung wird dadurch gewährleistet und dennoch können Sie das Geschehen im Wartebereich im Blick behalten. Die Zugänglichkeit für Patienten und Begleitpersonen bleibt bestehen. Sie haben weiterhin die Möglichkeit, das Personal an der Anmeldung anzusprechen. Mit Blick auf den Patientinnenfluss ist auf einem One-Way-System zu empfehlen, bei dem sich Patienten durch verschiedene Subwartebereiche immer vorwärts bewegen. Zwischen verschiedenen Schritten, zum Beispiel Blutatnahmen und Gesprächen mit Ärzten, kehren Sie nicht wieder in denselben Wartebereich zurück, sondern warten in einem anderen Bereich. Dadurch kann Frustration und dem Gefühl, in den Abläufen der Notaufnahme festzustecken, vorgebeugt werden. In diesem Zusammenhang kann das von Walker-Bets und Kollegen entwickelte Notfallflusskonzept als Anregung dienen, um die Prozesse in der Notaufnahme zu optimieren, die Wartezeit zu reduzieren und damit die Zufriedenheit aller Beteiligten zu steigern. Es sollten Getränk- und Snackautomaten sowie kostenloses Wasser im Wartebereich der Notaufnahme bereitgestellt werden. Während der langen Wartezeiten entstehen unweigerlich Durst und Hunger, was zu Unzufriedenheit führen und damit das Gewaltrisiko erhöhen kann. Darüber hinaus sollten sich Toiletten in räumlicher Nähe zum Warte- sowie Behandlungsbereich befinden. So können auch ältere Menschen diese alleine erreichen und Beschäftigte werden entlastet. Zusätzlich ist bei der Gestaltung des Wartebereichs auch auf die Platzierung der Sitzgelegenheiten zu achten. Diese sollten in ausreichendem Abstand zueinander platziert werden. Kommen sich verschiedene Patienten und deren Begleitpersonen durch eine ungünstige Aufstellung der Stühle zu nahe, kann das den Stress zusätzlich erhöhen. Denkbar ist auch eine Reihenbestuhlung. So sitzen die Wartenden sich nicht gegenüber, wie sonst üblich, sondern hintereinander. Dies sorgt dafür, dass Personen, die sich gegen die Zufriedenheit gleich provozieren lassen, weniger Reizen ausgesetzt sind und Aggressionen damit vorbereitet werden können. In jedem Fall sollte vermieden werden, dass Patienten im Behandlungsbereich vor den Zimmern bzw. auf den Fluren warten müssen. Außerdem kann für wartende Kinder eine geeignete Spielecke eingerichtet werden. Behandlungsbereich Auch bei der Einrichtung der Behandlungsräume gibt es Maßnahmen mit den gewalttätigen Übergriffen vorgebeugt oder zumindest ein besserer Umgang damit erzielt werden kann. Schreibtische sollten so platziert werden, dass zum einen eine Fluchtweg frei bleiben und zum anderen Patientinnen und Gehaltpersonen jederzeit im Blick behalten werden können. Bei Verdacht auf aggressives Verhalten können mobile Arbeitsplätze außerhalb des Raumes genutzt werden. Generell sollte es im Behandlungsbereich genügend Einzelzimmer geben, um potenziell aggressive Patientinnen dort isoliert behandeln zu können. Sie werden so vom restlichen Betrieb und den damit einhergehenden Reizen abgeschirmt, was deeskalierend wirken kann. Im besten Fall kann so verhindert werden, dass es überhaupt zu Gewalt kommt, womit den Einzelzimmern auch eine präventive Funktion zuzuschreiben ist. Für Patienten in akuten psychischen Erregungszuständen sind spezielle Schutzräume denkbar. In diesen Räumen können sie bereits für die Wartezeit Reiz abgeschirmt und untergebracht und anschließend auch dort behandelt werden. Für intoxikierte Menschen sollte spezielle Ausnüchtungsräume mit medizinischer Überwachung verfügbar sein. Diese Patientinnen können sich so in einer reizarmen Umgebung erholen und das Personal sowie andere Patienten werden vor ihnen geschützt. Derartige Räume sollten über Schallschutzmaßnahmen, Alarmierungsmöglichkeiten und einen Vorraum als Schleuse verfügen. Die Schutzräume sollten für Beschäftigte auch von außen gut einsehbar sein, sodass sie Gewaltsituationen oder Verschlechterungen im Zustand der Patientinnen zügig erkennen können. Dies kann beispielsweise mit Hilfe von Glasscheiben oder Videoüberwachung gewährleistet werden. Bei letzteren müssen spezielle datenschutzrechtliche Auflagen berücksichtigt werden. Außerdem sollten die Räume mit einer zweiten Tür und nur mit den nötigsten beweglichen Gegenständen ausgestattet sein. Diese Räume werden normalerweise nicht verschlossen. In absoluten Ausnahmefällen können hochaggressive und gewalttätige Patientinnen in diesen Räumen aber bis zum Eintroffen der Polizei separiert werden. Für einen flexibleren Plazentenfluss in der Notaufnahme können Fast-Track-Räume hilfreich sein. In diesem Kontext werden räumliche Kapazitäten geschaffen, um Patientinnen zügig die Erstversorgung anzubieten. Beschäftigte können so ohne Zeitverluste im nächsten Zimmer weiterbahnen, wodurch eine Reduktion der Prozesszeit erreicht wird. Gerade für Patientinnen mit leichteren Erkrankungen wird dadurch die Wartezeit verkürzt, da sie nicht aufgrund von mangelnden Raumkapazitäten warten müssen. Allein dadurch wird das Aggressionspotenzial gesenkt und zudem halten sich weniger Menschen im Wachterbereich auf, was sich wiederum positiv auf die oft angespannte Situation dort auswirken kann. Praxistipps. Kurzer, gut ausgestellter Weg vom Haupteingang zur Notaufnahme. Getrennte Eingänge führt zu Fuß und mit dem Rettungswagen ankommende Patientinnen. Notaufnahme kein Durchgangs-, sondern separater Bereich. Entzerrte und übersichtige Gestaltung mit Fluchtwegen. Der Anmelde- und Wartebereich sollte räumlich vom Behandlungsbereich abgegrenzt sein, z.B. durch Automatiktür. Definierte Schutzraume für das Personal, die bei der Flucht aufgesucht und unkompliziert verschlossen werden können, sowie über Notrufsysteme verfügen. Zentral gelegendes Dienstzimmer und separater Pausenraum. Keine unbefestigten Gegenstände, die als Waffe genutzt werden können. Möglichst viele Fenster für Tageslicht, zumindest im Wartebereich und in den Behandlungszimmern. Ausreichende Helligkeit und natürliche Farben bei künstlichem Licht. Oberflächenmaterialien zur Lärmreduktion, sowie angenehme Wandfarben und Gerüche, z.B. Duftöl im Anmeldebereich. Räumliche Nähe zwischen Anmeldung beziehungsweise Ersteinschätzung und dem Wartebereich. Bruchssicheres Glas zum Schutz der Beschäftigten im Anmeldebereich. One-Way-System mit verschiedenen Subwartebereichen. Getränk- und Snackautomaten, sowie kostenloses Wasser. Platzierung der Sitzgelegenheiten in ausreichendem Abständen zueinander und nicht im Kreis, sondern in Reihenform. Kein Warten auf Fluren vor dem Handlungszimmern. Spielecke für wartende Kinder. Ausreichende Anzahl von Einzelzimmern, sodass potenziell aggressive Personen separiert werden können. Spezielle reizabgeschirmte Behandlungsräume für potenziell aggressive psychisch Erkrankte oder intoxikierte Patientinnen. Fast-Track-Räume für einen verbesserten, flexiblen Behandlungsablauf. Positionierung von Schreibtischen, Fluchtwege sollten frei und Patienten im Blickfeld sein. Weiterer Kapitel nach den ersten Kapiteln wäre als nächstes. Technische Maßnahmen, organisatorische Maßnahmen, personenbezogene Maßnahmen für Beschäftigte, für begleiteten Personen, Patientinnen, Meldung und Nachsorge. Alle Ergebnisse der folgenden Beiträge und der schon dargestellten Beiträge in der Publikation von Stefanie Maché und Autorinnen.